Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt Der Holocaust in Griechenland ist sowohl dort als auch bei uns wenig präsent. Dabei verfolgten die Nationalsozialisten die griechischen Juden besonders nachgiebig. Ausgelöscht wurde auch die jüdische Gemeinde von Thessaloniki, die der Stadt den Beinamen Jerusalem des Balkans eingebracht hatte. Das Brisante daran ist, dass an den NS-Verbrechen auch viele griechische Kollaborateure beteiligt waren. Ein heißes Eisen, denn Athen hat diese Ära jahrzehntelang verdrängt. Jens Rosbach berichtet in einer dreiteiligen Serie über die griechische Tragödie von Deportation, Verdrängung und deren Folgen. Am Sonntag, den 27. April, meldete das Oberkommando der Wehrmacht, dass deutsche Truppen Athen erreicht und auf der Akropolis die Hakenkreuzfahne gehisst haben. Die Deutsche Wochenschau jubelt 1941. Nachdem das faschistische Italien es nicht geschafft hatte, Griechenland zu erobern, überrollt nun die Wehrmacht innerhalb weniger Wochen Athens Armee. Auch das nordgriechische Thessaloniki wird besetzt, das legendäre Jerusalem des Ostens, in dem zwei Drittel der 70.000 bis 80.000 griechischen Juden leben. Das Militär-Sonderkommando Rosenberg beginnt, Namenslisten der jüdischen Stadtbewohner anzulegen und jüdische Schriften zu rauben. Im Juli 1942 werden schließlich alle männlichen Juden zu teilweise unmenschlicher Zwangsarbeit eingezogen. Mein armer Vater hatte ein zu kurzes Bein. Er sagte, wie soll ich nur dahin gehen? Sie werden mich töten. Ach, Salvador, sagte meine Mutter zu ihm. Das schaffen wir. Mach dir keine Sorgen. Woher sollten sie aber wissen, was dann geschehen würde? Woher wissen, dass wir alle zu Skeletten werden würden? Der Arme zog sein Bein nach. Er konnte nicht richtig laufen. Heinz Cugno, 91 Jahre alt, ist einer der wenigen Schoah-Überlebenden Griechenlands. Als Jugendlicher musste er miterleben, wie Judensterne verteilt, jüdische Wohnungen konfessiert und Ghettos eingerichtet werden. 1943 wird Cugno zusammen mit seiner gesamten Familie nach Auschwitz deportiert. Besonders perfide, die Fahrkarten der Deutschen Reichsbahn müssen die Häftlinge selbst bezahlen. Die Waggons waren geschlossene Waggons. Wir waren sehr viele in einem Waggon und konnten kaum atmen. Männer, Frauen, Babys, Alte, nirgends konnte man sich hinsetzen. Sie weinten. Der Zug hielt nicht an, denn die Fahrt dauerte sechs Tage. Außen war Stacheldraht. Es gab einen großen Bottich, in dem man urinierte. Man uriniert ja vor Angst. Und Wasser, Wasser, Wassermann schrie nach Wasser, so durstig war man. Kurz bevor wir Auschwitz erreichten, sah ich durch das Fenster nicht einen, nicht zwei, nicht drei, nicht vier. Es waren fünf riesige hohe Schornsteine. Und über dem schwarzen Rauch stieg weißer Rauch auf. Das waren die Aschenreste. Das waren die Seelen der Menschen. Die Deutschen ermordeten rund 86 Prozent der 70.000 bis 80.000 griechischen Juden. Was bis heute kaum bekannt ist. Bei der Verhaftung und Enteignung halfen griechische Beamte mit. Griechische Gendarmerie trieb die Juden in Thessaloniki zur Zwangsarbeit zusammen. Griechische Polizisten bewachten die jüdischen Ghettos. Und griechische Sachbearbeiter verwalteten mit das geraubte jüdische Eigentum. Die Stadtverwaltung von Thessaloniki machte sogar mit dem zuständigen deutschen Kriegsverwaltungsrat Max Merten gemeinsame Sache, einem korrupten Kriegsverbrecher. Denn die Kommunalbeamten hatten es bereits seit Jahren auf den jüdischen Friedhof der Stadt abgesehen, weil sie dort eine Universität bauen wollten. Nun, mithilfe der Nazis, raubten sie das Grundstück, das mit seinen 400.000 Gräbern den größten jüdischen Friedhof Europas darstellte. Die Grabplatten wurden teilweise für den Straßenbau, für die Reparatur von Kirchen, für Schwimmbecken, zu Dekorationszwecken und dergleichen benutzt. Teilweise sind frisch Beerdigte der Pathologie der Universität Aristotelio zur Verfügung gestellt worden, zu Forschungszwecken oder auch teilweise den Hunden zum Fraß vorgeworfen worden. Tobias Blümel hat die Shoah in Griechenland und die Kollaboration der Bevölkerung erforscht. Der Historiker, der am Selmar Sternzentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg assoziiert, ist betont. Viele Griechen hätten keine Scheu gehabt, beim neu geschaffenen Amt zur Verwaltung jüdischen Besitzes in Thessaloniki, um konfessierte Wohnungen, Möbel und Geschäfte zu bitten. Da meldeten sich dann auf einmal haufenweise Griechen. Ich habe selber im Archiv eine ganze Menge Anträge in gebrochenem Deutsch gelesen. Ich hätte ganz gerne den Laden von Herrn Salomon und so weiter und so fort. Wenn man sich die Reaktion auf die jüdischen Restitutionsansprüche nach dem Krieg ansieht, dann sieht man, dass über 3000 Leute sich an dem Eigentum dort bereichert haben. Mit dem Holocaust wurde das jüdische Thessaloniki ausgelöscht. Jahrhundertelang war es ein blühendes Zentrum der sephardischen Juden gewesen. Sie stammten von der iberischen Halbinsel und sprachen jüdisch-spanische Dialekte, Ladino und Judesmo. Die Migranten hatten ab dem 15. Jahrhundert vor der spanischen und anschließend vor der portugiesischen Krone fliehen müssen, die damals alle Nichtchristen verfolgten. Die spanische Krone stellte die Juden vor der Wahl, entweder die christliche Religion anzunehmen oder zu fliehen. Aber in der Folgezeit wurden auch die christianisierten Juden ausgewiesen, weil man ihnen die Konversion nicht abgenommen hat. Und das ist ein Prozess, der auch die Muslime betraf. Nikolas Pieces ist Historiker der Freien Universität Berlin. Nach Angaben des griechischen Wissenschaftlers wurden die sephardischen Flüchtlinge zu jener Zeit vom osmanischen Sultan willkommen geheißen. Der muslimische Herrscher war ein Gegenspieler der christlichen Spanier. Er versprach sich von der jüdischen Einwanderung einen Handels- und Wirtschaftsaufschwung. Sowohl die Juden von Spanien als auch die muslimischen Spanien sahen im osmanischen Sultan ihren Erlöser. Das heißt, es gab auch in der jüdischen Literatur des 16. Jahrhunderts Vorstellungen vom osmanischen Sultan als dem von Gott bestimmten Instrument für die Erlösung der Juden und die Rache an die spanischen Könige, die sie vertrieben haben. Das jüdische Thessaloniki war bunt. Es gab verschiedensprachige Synagogen mit Zuwanderern aus Portugal, Neapel, Sizilien, Sardinien und der Provence. Nach und nach stellten die Juden die Bevölkerungsmehrheit und dominierten den Handel. Die einheimischen orthodoxen Christen waren bald in der Minderheit und fühlten sich benachteiligt, sodass das jahrhundertelange friedliche Miteinander auch immer wieder von Spannungen durchbrochen wurde. Und diese Spannungen, dieser Wettbewerb wurde auch kulturell und religiös artikuliert. Durch antijüdische Stereotypen, also die Juden waren im christlichen Verständnis diejenigen, die eben den Christus nicht anerkannt haben und sogar ermordet haben. Man hat zum Beispiel in vielen Orten den Brauch zu Ostern eine Puppe, die man als Judas nennt, zu verbrennen, was eben ein Symbol für das Judendom ist. Da wird eine Puppe an einen Galgen gehängt meistens oder auf einen Scheiterhaufen gestellt. Und dann im Rahmen einer großen Feier wird dann dieser Judas angezündet, beziehungsweise manchmal ist es auch so, dass Feuerwerkskörper in diese Puppe hineingesteckt werden und der explodiert dann halt so richtig. Historiker Blümel, der eine Dissertation über den griechischen Antisemitismus geschrieben hat, betont, die griechisch-orthodoxe Kirche pflege ihr antijüdisches Osterritual bis heute in einigen Gemeinden. Die ganze Osterliturgie beispielsweise in der orthodoxen Kirche verweist auf das Zähneknirschen der allerbösartigste Hebräer Geschlecht und das mordende und mit Blut besudelte Israel und so weiter und so fort. Das osmanische Thessaloniki wurde 1912 im Zuge der Balkankriege von den Griechen besetzt. Und die griechische Einwanderungspolitik führte dazu, dass die Mehrheitsverhältnisse in der Stadt nach über 400 Jahren wieder kippten. 1923 wurden, nach dem verlorenen Krieg mit den Türken, in Thessaloniki rund 100.000 orthodoxe Christen aus dem Osmanischen Reich angesiedelt, kleinasiatische Flüchtlinge. Damit wurde aus einer überwiegend jüdischen Stadt eine mehrheitlich christlich-orthodoxe Stadt und es formte sich schnell, wie soll man sagen, halt Neid. Neid entwickelte sich gegenüber der großen jüdischen Handelsklasse, die es zu dieser Zeit halt auch noch gab in Thessaloniki. Ja und aus diesen kleinasiatisch-griechisch-orthodoxen Flüchtlingen entstand die EEE, die griechische Nationalunion, die stringent antisemitisch war. Die paramilitärische faschistische Nationalunion hatte mehrere tausend Mitglieder und ging mit Gewalt gegen Juden vor. Angespornt durch Hetze in den Medien kam es 1931 in Thessaloniki sogar zu einem antisemitischen Pogrom. Somit konnten die Deutschen, als sie 1941 in Griechenland einmarschierten, an eine gewisse Judenfeindschaft in der Bevölkerung anknüpfen.